Ops Project Long Shadow Was? Langer Schatten? Protect that facility at all costs And if you spot Heller, kill him Roger that Okay, I'll do it Hello I have some information about the civilian testing They injecting prisoners with something Something taken from an infected monster Already on it, gonna check it out right now Watch out, you may need to Dress up like a black watch bitch to get in I know the drill Yeah, as you can see I That was good that I chose that I'm a little bit faster Hop All nearby black watch units This is Dr. Ted Bellamy Director of Research Post Long Shadow We now have full biometric security measures in effect including fingerprint and DNA scans at all exterior doors You've been warned I don't need anybody to throw in a fit when we stop and scan you Okay Achja Jetzt muss der hier sich ein bisschen beeilen weil ich Lust hab auf diese 1000 XP die mir jetzt bestimmt sehr helfen werden Ich hab... Sure, why not Nee, der kann nicht drin Smoke Hopp Das... das war natürlich absichtlich weil... äh... Es wär halt zu einfach, ne? Es wär... zu einfach... Es wär... zu einfach... Und... Oh je je, das war knapp... Oh... Ja... Oh... Ezra... Es cutting Äh... Es ist Es ist Er... Es ist Es ist Es ist Es sch conscient man stelle sich vor man ist mit einem virus infizierten verwandelt sich in sowas naja ich nehme das kalt mal ich nehme das kalt mal was ist das hey oh god okay ich darf ich kann nicht nein ich bin tot ja 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 nice es hat geklappt so und jetzt hast du es bald ja wir wurden zum ninja turtle nur dass die finger ein bisschen anders aussehen beziehungsweise die fingeranordnung ja 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 Das stimmt! Das habe ich vergessen! Das dicke lange Schatten! Oh! Lieutenant Cletus Ransom! Okay! Operation Manticore! Okay! Ja, das ist in Ordnung! Äh... ... Ach, im Lindenpark bin ich schon. noch weiter oben auch vier stück in lindenpark naja das ist ja noch ziemlich riesend ich habe das gefühl momentan ist sogar sprinten geht sprinten schneller wenn ich nicht irgendwo dranhängen würde ich gehe mal richtung network vielleicht finde ich auf dem weg hin noch ein köpfchen das ich vernaschen kann fairview Was ist das? Niemand? Naja, gut. Ach ja, stimmt. Ich kann ja dann danach suchen. Ich kann ja den Typen dann suchen. Oh mein Gott, das habe ich total vergessen. Hier sind ganz schön viele. Um... Kannst du dich einfach nochmal umdrehen, please? Und wir nehmen das gute Movement. Den guten Stoff nehmen wir. Was? Ich kann ja nach den Leuten dann suchen. So, Blackwatch und Gentek machen Pläne um... Ach, wie heißt das Wort? Das deutsche Wort für, ähm... Oh Gott. Freds. Ich weiß doch, was es heißt. Nicht gefahren. Bedrohung. Bedrohung, genau, Bedrohung. Und alle Bedrohung ihrer... ...Operation zu unterdrücken. Und ich muss diese Leute... Ähm... ...aufessen. Ich brauch ne Knarre. Gott dammit. Ich weiß, was ich nicht. Drei Ransom. Ich kann nicht in kieger. Ich kann nicht in kieger. Die Lärien ist vorangegangen. Ich kann nicht nachdenken, was diese Leute sind da rauskriegen. Ja, ja... Das war's für heute. Oh, guck mal. Da kann man noch. Dr. David Castleman. Das war's für heute. 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 Nice. Nice. Are you serious? Oh Gott. Oh, klasse. Kannst du auch mal normal hoch springen? Nee. Ja, es ist fantastisch wie ich einfach... Oh. Oh. Looks like some geeks are getting their comeuppance. I think I'll lend a hand. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott. Oh. Das war's für heute. Oh. 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 Oh shit. Oh shit, ich hätte den Heinen noch aufessen sollen. gut das hat sich auch erledigt diese steuerung manchmal mal auf course he Oh Gott! Spring! Oh mein Gott! Kannst du bitte auch Ja, wer ist das jetzt? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Tada! Oh komm, machen wir doch noch eins oder? Machen wir doch! Ich bin echt so jemand der macht zuerst die Nebenmission und dann die Hauptmission. Oh Gott! Dr. David Castleman! Mal sehen! Ach so, ja. In das mit Scientists Skip, please. Kasselman! Are you there? Need an update on your operation? Dr. Drummond, this is Dr. Stone. Kasselman stepped out. But everything is going well. All of these specimens died directly after being infected. Their blood samples could be the key to weaponizing the virus. Excellent news. Excellent news. Get those samples on ice at the lab ASAP. Even the dead aren't safe anymore. Without L3. Without L3. I'll do this. Okay. Wie ein Motorrad schlängel ich mich da durch. Nice. Uh, oha, okay. Okay. A little late, huh? Research team is almost ready for extraction. Dr. Bates, this is Viper. Come in. Dr. Nelson? Anybody? Cobra 23, this is Viper. Stay on alert. We lost contact with research team Solomon 3. Why? Copy that, Cobra. Nobody is getting past us. Yeah. We'll see about that. Warum melde ich mich eigentlich nicht zu Wort, damit die Leute denken, ja gut, okay, da ist alles in Ordnung. Are we? Fascinating. All these specimens were killed while in the process of being transformed into infected. Just think about the MRI will look like. Yeah, real fucking exciting, doc. Oh. Dr. Stone. Dr. Stone. Can you hear me? Das war doch einfach. Jump, du sagst jump, ich sag die. Get a 25% longer airdash, jumpy extender, dashing, cheating, rich top speed 4 times faster than before, sure or not. Are you serious, wer? Ja. So, Fafa, Colonel Douglas. Äh, ja, machen wir doch. Nehmen wir doch Fata Grigori. Okay. Part of the solution, I am the solution. Father, I'm here James. Listen, every established contact with a source. Okay, she goes by Athena. She told me about another place Blackwatch runs, a place where a lot of civilians go in, but nobody sees them coming out. I'll handle it. Feeding time. Dr. Connors, this is Python. We have another shipment of test specimens ready for delivery to test site Jefferson. Alright, we're nearly finished hosing out the last cell. Give us 10 minutes and then you can unload the whiners. Let's check. Als hätte ich es gewusst, dass ich auf ein Dach gehen muss. Die sind alle unten. Ja, da bist du in die falsche Richtung gesprungen, mein Freund. Ähm... Oh... Komm schon. Ja, warum soll es mir dann schwer machen, hä? Okay. Okay. What's up, Pravos? Mhm. Mhm. Okay. Okay. Kannst du dich mal entscheiden? Ich glaube, die erschieße ich, nehme den Raketenwerfer und mache dann den Panzer platt. Ha! Das ist doch mal ein Plan. Da-da! Da-da! Okay. 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 Beautiful. Okay. 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 wir bisschen leer hier wir haben hier warum machst du das? ich helfe ich habe nichts zu tun test subject ist in position no abg ist online, open chamber 2 82% effizienty prepare subject 11 shit, wir haben einen Hostile captain, das ist der escape test subject all units, move um hostile in meine location du kannst du diesen Mann von in warum bist du denn hier? shut dein fucking fuckhole du fucking geek wie kann du bullichocken wenn das so passiert? hey, du inventiert die fucking biometrics nicht auf mich du bist du bist du bist das 3rd world oder du bist und wir defend dein science fair projekt bisschen aufräumen bisschen aufräumen oh hello oh he oh 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 Oh, shields sind gut. Der Tarket hat nur einen direkten Hitschiff mit keinem Wettbewerb. Alle Units, fangen Sie an den Feuer! Schrauben Sie den Tarket ab! Zeit, das ist Cottonmouth! Wir sind bereit für uns hier zu kreieren! Alert Reinforcement! Wir werden den Tarket entgegen. Hier ist auch noch jemand. Nein, das ist ja gut. Was? Da ist niemand hier! Python, Checkscans wieder! Was ist da passiert hier? Guck, Mouth! Spread out! Search Supremacist! Wir haben neues Spielzeug! Hey, Rattler-Universität, das ist Rattler. Gib mir einen Ramp auf dem Rückenstatus. Rattler, das ist... Kogget ist tot. Ja, er ist drin. Du besser in da. Endlich! Alle Rattler-Units, Kure Primer, Maintain Position, Until Recovering gets here. Thanks for the new toys, Dipshits. Feeling time! Ach, ich mach mal... Weiterhin... Hab ich eigentlich? Nop! Keine... Ich mach mal weiterhin... ... Ach, ich mach mal- Ich mach mal- ... ... ... ... Vielen Dank.